So meine Freunde herzlich willkommen zurück zu Let's Play ADAC, die Simulation. Wir sind weiter hier am kontrollieren, wie man es immer schön schön sagt. Am kontrollieren hier oben unseren, ja leider Gottes einzigen Bezirk. Aber ist ja aktuell noch ein bisschen ruhig, kommen wir uns selber an den Hubschrauber einsetzen, aber auch nicht der Rede wert. Alter, schau mal bloß innen an. So, jetzt sind wir ja bei innen setzen nachher an oder was? So, Fahrzeug 2 hier hoch bitte. Und Fahrzeug 1 da runter. Das macht der Erdliner mit dir. Du machst hier ruf. Und du darfst downer. So schön. Na gut, bis auf 2 Dinger, die schiefgegangen sind. Was geteilt ist. Wunderbar. So, für die Bezirk dauert es noch ein bisschen. Wir sind wie gesagt erst 8% der ADAC Mitglieder, das ist halt ein bisschen wenig. Ach nee, haben wir doch mal schon neuen Bezirk freigeschaltet, oder? Gar nicht gesehen. Alter. Der hier hoch. Rettungs-Dings auswählender. Boah. Der verspätet, oder? Leck mich fettig. Der ganzen Tag. Boah. Das war's für heute. Ich brauche den schon mal echt jetzt wieder 2, leg ab da drüber. Hey, wake up. Hey, wake up. Eieiei, hab mich da eh nicht wärmen. So. So, das hat sich schneller ledig, dann brauchen wir noch den hier. Dann einmal den zugewiesen auf hier unten. Wir haben jetzt noch 6 da, wa? Das ist einfach so einfach, wa? Ja. So, dann ins Boden. Gut gemacht. Und gut gemacht will ich noch haben. Sehr schön. Ein Tag nach, wir haben das ja auch mal noch. Sehr schön. Wir können noch einen Abschlapper hier hochschicken. Obwohl das wir nicht mehr schaffen wird. 711, 3, 3 nicht reagiert. Nur da. So, kurz in die Verwaltung, in den Hubschrauber-Dings da. Ja, ich würde immer noch weiterspielen wollen, danke. Ab 33.000 Mitglieder kriege ich da verbesserte. Scheiße, ganz ehrlich. Da brauch ich immer noch 10.000. Ja, ganz ehrlich. Komisch, komisch. Wir kriegen den dritten Bezirk. Ich meine, jeder Bezirk hat wieder was. Wir haben gerade nicht wieder das gekriegt, dass der Kindschutzpunkt noch mit hatte. Zumal die Wege hohe hellisch lang sind, ja. So, immer schön, wenn das immer schön an der ein. Immer schön hier bei dem Schützpunkt. Und da könnt ihr, wenn es geht, bleiben. Oh nein, der macht natürlich wieder ganz runter. Oder so, wenn man gerade den Rand vorbeifährt. Das ist immer das Ideal, als den Rand vorbeifahren oder nein? Also Sprit hier öfter hanken. Ich hoffe, das ist gar kein Helikopterdinger großartig bis jetzt worden. Und aus dem Monat auch schon wieder rum. 13 1 750. Keine neuen Bezirke. Keine neuen Freischaltungen. Leider Gottes. Dafür wieder 2% mehr ADAC mit D3. Pippura. Klassisch, jetzt muss er warten. Man kann ja, wie gesagt, diese Kapalität auch erhöhen. Aber... Ob das unbedingt sein müsste, ist halt immer so die Sache. Könnt ihr aber erstmal Geld sparen. Da wollen wir noch bald weiter hier. Du machst hier lang. Und du kannst gleich mal hier ins nächste Jargonchen reingehen. Warte, Abschleppdienst. Wunder mit dir, komm ey, ich will mal wieder hier einen Beluft-Einsatz haben, mein Gott ey. Am besten ist er jetzt erst fertig. Zwei angeblich schon hier. Also... Wollen wir mal Bescheid sagen, dass ein Abschleppdienst da hinten gebraucht wird, dann können wir vieles verhindern. Der hat es wieder hoch gemacht, aber wie gesagt, Helikopter jetzt so gut wie gar nicht. Und der Monat ist wieder vorbei. Ja, ist ja logisch. Wann kommt der nächste Einsatz, wenn ich fragen darf? Und zwar Starthilfe ab 26.000, das kann ja was werden. Nein. Moment, den schicken wir jetzt mal kurz hier runter. Den schicken wir jetzt mal kurz hier. So. So. auch benötigt das geht aber ein bisschen fixer hierzu nene du sollst ja wagen 2 sollte sich hier drum kümmern wagen 1 kann sich gerade eine stadt und kümmern wenn hier darum da waren es jetzt gerade noch noch ist hier drum nein du sollst hier runter daran so schwer nach so schwer zu verstehen meine fresse wagen 3 hier dahin unbedingt da mehr Stützpunkte kann ich mir ja eigentlich wie ein 10 erholen so ist es ja nicht aber muss halt mal kurz hier aufdanken unbedingt fünf fahrzeuge hier drin ja man den muss jetzt hier hin ja 42 haben wir ja was kohle angeht ei 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 und da wird schon wieder gebraucht das gibt es gar nicht und schön wieder haben wir geschaut haben wir da wirklich mal reinvestieren ja hinterher ist es noch ist auch schön ja dann gucken wir mal kurz in die verwaltung rein dann in den fuhrpark so abschleppwagen genug haben wir haben ja im endeffekt ach genug haben wir ja da problem an an sich was wir halt einfach nur haben das kostet 10 das kostet 7 oder was investiert jetzt ist 7 einfach nur noch 21 wenn man sich eigentlich noch so ausbilden lassen fortgeschrittener ort erkennen im klärgang sind sie noch schneller da und dann würde ich erst mal wieder sagen sind wir auch für diesen part schon wieder fertig deswegen danke fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten wieder bis dann oder rein tschüss bis dann